Ja, Moin. Na, wie geht's dir? Entschuldigung, das gefällt dir? Meine Freundin, Belinda, hat mich hier all of a sudden für einen quieten Retreat. Haha, aber ich mag nicht viel, quieten Retreaten. Ich würde lieber den Suspense von einem knivenden Thief in unserer Mitte haben. Okay, ähm, hast du was mit Verdeck jetzt gesehen? Nein, ich bin in diesem Bett. Es gibt nichts hier zu sehen, aber ich hörte ein junger Mädchen, auf der Mitte der Tür, bevor die Verdeckung. Sie sahen sehr flustert. Ich habe sie in der Mitte, und wir haben ein bisschen gesprochen, über die Bücher. Sie war eine Studie, an der Universität. Und plötzlich hat sie gesagt, sie brauchte zu gehen. Was eine Schöne Mädchen. Okay... Ähm, heilende Magie, oh, danke schön. Ähm, die geheimen Mächte der Tiffmoor-Ruinen. Manche einer glaubt, dass, äh, manche einer glaubt, die Tiffmoor-Ruinen beherbergen eine magische Kraft, die alle Wunden schließen und alle Krankheiten heilen kann. Wow, krass. Warum wir die Ruinen jedoch nicht aufsuchen, um uns diese Kräfte zu bedienen, ist unbegreiflich. Ähm, viele sind sogar der Überzeugung, dass es bereits reicht, sich in der Nähe der Ruinen aufzuhalten, um simplere Krankheiten zu heilen und Sorgen zu vertreiben. Ähm, es ist traurig, dass die Nachfahren, äh, derjenigen, ähm, derjenigen, die diese magischen Orte errichtet haben, diese wundervollen spirituellen Energie nicht mit uns teilen wollen. Ähm, stattdessen schließen sie sie weg. Wollen sie, wollen sie die Kräfte nun für sich allein? Doch wir müssen die Wünsche, äh, respektieren und können über die unglaublichen Energien innerhalb der Wände dieser zerfallenen Gäber nur weiter schrauben. Aha. Ähm, das ewige Schlaffeld der Liebe. Gutsche! Ähm, im Mondlicht gebadet hielten sie einander in den Arm. Sicher, äh, sicherlich wird uns niemand etwas, äh, niemals etwas auseinanderreißen, entschuldigung. Ähm, haben wir doch bestien und eisige Nächte Hunger und Dürren widerstanden und liegen einander nun endlich in den Arm. Unsere Liebe soll auf ewig halten, doch unsere Kämpfe sind noch nicht zu Ende. Die Zukunft unseres Leben, unserer Leben, stehen in den Sternen und das ist nur der Anfang. Du kannst gehen und ein einfaches Leben anstreben. Eines voller Reichthimmer und Bequemlichkeit, Wärme und ein weichen Bett. Niemand, niemand würde dich verurteilen. Es ist, ja, er wusste, dass keine Wärme so echt sein würde, wie die ihrer Hände kein Bett so bequem sein würde. Oh, oh, da ist ein Kuck. Ja, der einzige, einzig interessante, die. Ähm, kein Bett mehr bequem sein könnte, nachdem er mit ihr den Boden geteilt hatte. All seine Reichtümer und Beheiligkeiten fand er in ihren Augen, ihre Geschichten, ihren Lächeln. Ich geh mit dir. Sweet, äh, Sweet, ein Bonsparvertrag. So, also darf das D5, 9, der Steff geht nicht. Der Steff geht nicht. Äh, äh, äh. 5, 0, 4, 1. Schließen. Oh, cute. So. Äh, was ist das für ein Zahlcode? Äh, Ruinmalerei? Oh, süß. Die Nacht, Skye und die frische Luft sind alle durch die Geschichte des Islens. Es ist ein sehr romantischer Ort, ihr wisst. Äh, okay. Ja. Ähm, danke Sarah. Ja, die sind jetzt schon echt. So. Also, dieser Heer hat ihr das gegeben. Jetzt können wir die Box öffnen. Äh, warte. Also, das ist alles neu. Also, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 2, 3, 4, 5, 9, 3, 4, 1, 2, 3, 4, und 1. Wie? Ich habe in der Nähe dieser alten Ruin gegraben, an denen du ja so besessen bist. Ich habe dieses Ding gefunden, das... Wow. Das ziemlich nach einem alten Relikt aussieht. Dachte mir, du würdest das vielleicht sicher bewahren. Wieso sind die so... Äh, bis du das Grundstück offiziell besitzt. Hoffentlich findest du im Gegenzug ein paar Schimmersteine für mich. Aaaaah. Okay, die wollen anscheinend... Also, ja. Dann ist er dann die, äh, das Unternehmen. Ähm... Zahlen im Liebesroman. Zahlen? Ich habe Angst, dass ich nichts über das weiß. Ich habe das Buch in einem kleinen Markt letzte Woche gefunden. Es war nicht meine Tee, also habe ich es zu Rad Miller gegeben. Was? Ja, das macht sehr viel Sinn. Zahlen? Das Historiker! Ich glaube nicht, du bist... Ja, okay. So, also, wir... Wir haben... Also, er will die kaufen. Hat er auf jeden Fall ein... Ding entdeckt. So, ähm... Ein Relikt entdeckt von jemandem. Wuiuiui. Wer bist du denn jetzt? Ah, du bist die Studentin. Ah, hi. Oh mein Gott. Was ist passiert? Ähm... Ein... Ich stelle hier die Fragen. Ich bin jetzt Detektiv. Ne, äh... Ein Dieb betrachtet hier... ist ein Unwäh. Ähm... Achso. Ähm... Warum bist du gestern so schnell verschwunden? Hm? Ich müsste mir mal deine Küste ansehen. Ähm... Ja, warum bist du so schnell verschwunden? Oh, richtig. Es gab eine Erkrankung. Aber keine Worte. Alles ist okay jetzt. Äh... Schon mal von den... Uinen gehört natürlich. Natürlich. Diese Halle gehören zu meinen Ancestoren und meine Frau ist auf dem Haus. Ich meine... Für jetzt wird sie wahrscheinlich es verkaufen. Ah... Krass. Ähm... Ich müsste mir mal deine Kiste ansehen. Oh... Ähm... Du wirkst ziemlich... Verdächtig. Äh... Ne, das nicht. Aber... Okay. Es ist nur auf dem Grund. Aha. Gute News. Der echte Detektiv ist gekommen. Hä? Wohin geht der? Eigentum von Nicole. Äh... Ich... Kann nicht glauben, dass das das letzte Mal sein soll, dass sich die Ru... 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 Ruinen betreten. Ich weiß, dass, äh... Tante H das Land... Wer schreibt das so? Tante H. Das Land niemals für Tourismus verkaufen würde. Aber sie ist alt und, äh... sieht in letzter Zeit nicht gut aus. Und ich, äh... Mach mir große Sorgen um sie. Ich habe heimlich, äh... Kleine... Kleinere Artefakte herausgeschmirgelt, um sie zu untersuchen. Aber jetzt ist es zu gefährlich. Tante H wollte niemals, dass... Archäologen in die Ruinen schwimmen. Ähm... Aber genau das wird passieren, wenn die Universität herausfindet, was hier unten ist. Oh. Sie hat immer gesagt, der Geist unseres Vorfahren... ...unseres Vorfahren, ja... ...hebt hier. Und ist, ähm... Und in diesen kühlen... Ah, Entschuldigung. Und in dieser kühlen Stille... ... kann ich es beinahe glauben. Es ist wirklich ein heiliger Ort. Ein Ort. Ich hoffe. Kann ich helfen? Vielleicht. Ähm... Tag im... Äh... Okay. Du hast mich, okay? Ich weiß, wie zu den Ruinen kommen, und ich bin da seit Jahren gegangen. Ist das, was du wissen willst? Also, ja. Es war ich. Ein Übersetzungsbuch? Ich weiß nicht, was du sprichst. Ein Buch, das er mit den Ruinen zu tun hatte, wurde geschrieben. Ich... Oh, Gott. Ich... Ich dachte, du warst einen Trespasser. Hast du das Ding in dem Koffer geschrieben? Nee, äh... Wer würde Zugang zu profitieren? Ähm... Everyone. Except my aunt and my parents, who think the ruins need to stay empty for our old spirits. But there aren't any spirits. I've been in there a hundred times. Ähm... Hast du das... Die Dinge in deinem Koffer gestorben? I didn't steal them. They belong to my ancestors. Ja. Wollen willst du jetzt? I just wanted to bring home one last reminder of the ruins. I was hoping to defend them, like my aunt always has. Das ist eigentlich echt schön. Ähm... Warte hier. So. Äh... Warte, warte, warte. Wohin wir wissen? Well... Has the Corporate made any mistakes? Ähm... Nee. Wieso ist der jetzt rausgegangen? Hä? Wieso ist der jetzt rausgegangen? Hä? Wieso ist der jetzt rausgegangen? Das ist erst später, sorry. Ja, okay. Aber trotzdem, der hat ja gesagt, dass der echte Inspektor jetzt kommt. Naja. So. Okay. Okay. Ah, das ist... Ah, das ist... Hm. Also an, an sich, äh, die kleine... die Studentin könnte es gewesen sein. Also die Studentin könnte es gewesen sein. Rein theoretisch. Weil sie will ja alles von den Ruinen weghalten. Der... Ähm... Also wenn du es richtig lest, bekommst du 40 Schimmersteine. Oh. Oh, okay. Ähm... Hm. Der Rest ist gemein, da sie eigentlich total simpel ist. Aber alles... Aber man alles dreimal überdenkt. Also wenn es simpel ist, dann ist es... Ähm... Die mit den Gummistiefeln. Würde ich jetzt sagen. Ja, wobei nein. Die, äh... Ja, wobei... Eigentlich schon. Willst du den Titel hinlegen, derer Künstler löst Kriminalfall? Haha. Ja, muss jetzt eigentlich nicht sein. Ähm... Oder nicht mehr. Ähm... Hm... Ist besser. Ähm... Wie... Wie heißt die... Wie heißt die... Wie heißt die mit den Gummistiefeln nochmal? Ähm... Soll ich ja oder nein sein? Also ja, noch nicht... Noch nicht 100 Pro. Warte... Warte... Also... Ich... Ich hätte jetzt... Also die... Helena... Weil... Ja... Also sie war auf jeden Fall... Ja, Helena hat die Stiefel, ne? Also sie war hundertprozentig draußen. Warte... Ja... Na ja, wenn es so easy ist... Also ich... Ich dachte es... Es wäre halt zu easy, wenn sie es wäre. Aber... Also... Ja... Okay... Dann sagen wir... Helena... Ähm... Wie wäre es, wenn du... Wie du dich wünschst? Ähm... Ähm... Ja, keiner von... Diesem... Helene... Ähm... Okay, Helena... Ähm... Das ist sehr interessant. Lass mich mal schauen... Und sehen, ob ich kann... Confirma deine Sorgenheit. Es sieht aus, wie du bist... auf deinem Weg zu werden... einem fullfledger Detektiv. Wahrscheinlich... Schön, dass jemand anderen... Die interrogation... Warte... Schade... Das ist... Es sieht aus, wie Helena... Was hoping... Die Land... Für die Touristen... Worth quite a lot of money. Says she was trying to take a final look inside the ruins. That's why she needed the book. Must have been having second thoughts about selling the land. Unfortunately for her, we've now got solid evidence that the ruins are filled with ancient relics. No chance of selling the property now. Ownership will most likely default to university. Well, I'd be remiss if I didn't reward you for your work. Please, accept these glowstones I'm authorized to award good Samaritans like yourself. And I believe my work here is just about done. Well, this findişhade. Also das die, ähm... Ich glaub ich äh würde mich auch... 돌finden... Ähm... Ich vindsel eh jetzt schade, das die Sie jetzt wirklich an die Universität geht. Und die die das alles ausschlachten können. Aber besser als äh, Touristenfalle jetzt so macht. Okay. Sorry! So. You actually weren't the detective after all. I just had to see if there was anything in the ruins. All my life I've believed there's nothing but spirits in there. I've started to see that no one else believes that. I can't afford for the land to go to science. Science doesn't pay! But my heart couldn't afford for the ruins to be opened as a tourist location. I just thought the translation book might hold some answers for me. It might help me solve this puzzle. Vardim made an offer on the land. He suggested running his own excavation for sacred objects. But really, I knew he would do everything possible to destroy what he found. I took the book and planned to sneak inside the ruins. Just take a peek. I wouldn't have destroyed anything. And if I found something, I would have reported it to the university right away. Now, the ruins will be opened to the university. We'll just have to see what happens. I didn't expect things to happen so quickly. I guess the ruins aren't ours anymore. I'm glad the university will be studying them. I've always wondered about everything I saw in there. Poor Auntie H. I wish she could see inside. She must have been really desperate to end up taking that book. Hmm. Thanks for working on this case, detective. We were worried we'd be trapped here forever. Yeah, I guess I do know. Well, I thought Helena was acting strange. Guess you can always count on me, detective. Who knows? Maybe they will find some cures in the ruins. That would really be something. Hmm. Okay. And you? Oh, well. I'm happy to hear there's something of interest in those ruins. I guess Vadim won't want to buy my inn anymore. But maybe you'll get more interest now anyway. Who knows? I just might convert one of these rooms into a ruins museum. Hmm. Maybe you can do it. Maybe you can do it. I can't say I'm pleased. The case was cracked. I was quite enjoying the excitement. Haha. Back to dreary days in bed. I suppose. Oh. Your arms. So. Then the other one. Tja. Do you want to do it? Do you want to do it? It's too bad. The ruins are going to be swept up by the university. Wasted opportunity. The entire island would have profited from the tourism. All in the name of science, I suppose. So. So. Gut. Dann. Danke san. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und wir haben jetzt sowieso eine halbe Stunde länger gespielt als sonst. So. Ähm. Und dann nächstes Mal. Warte mal. Mach mal jetzt den da. Und nächstes Mal werden wir dann hier weitermachen. Und bis dahin habe ich dann die drei Bilder gemacht. Also nochmal gemacht. Weil das brauchen wir jetzt nicht nochmal zu machen, glaube ich. Ähm. Na. Neues. Dez. 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 Wow. Neues. Dez. 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 Amen.